Bitte verschwind mal die gelben Fackeln. Ruhig nicht. Okay. Okay. Da drüben ist auch irgendwas. Ich schau mal dahin. Oh, da ist Wasser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Slime. Warte, wir haben einfach mal ein Ding hinweg. Okay, dann eben nicht. Okay, auf dem Wasser sind die leicht assi. Oder auf mich. Oder doch. Okay. Bau du mal das Eisen ab. Ja, ich mach zuerst mal eine Sicherheitsklappe hin. Okay. Ich finde die Wasserphysik irgendwie geil. So realistischer als im Minecraft auf jeden Fall. Ja, weil es total unlogisch ist. Was denn? Na gut, eigentlich ist es schon. Das ist richtig geil, die Wasserphysik. Da unten ist noch was. Kupfer. Soll ich das Wasser mal hier reinfließen lassen? Okay, ich glaube da ist gar nichts. Okay. Ich trinke mal einen Strahlentrank, okay? Okay. Ich teste das jetzt mal. Ich leuchte. Haha, ich leuchte. Verstrahlt. Okay, ne. Hier ist nichts. Außer noch Kupfer und das bringt nichts. Spinnenweben. Überhaupt nicht viel Sand, überhaupt nicht viel Sand, überhaupt nicht viel Sand, überhaupt nicht viel Sand. Ich bin jetzt nicht viel Sand. Flinkhands Trank, Silbermünze und Kupfermünze. Nice. Hier ist Eisen. Geh weg. Wie viele Holzklappen hast du? 80 ca. Könnte es mir welche geben? Moment. Warum, dass die ganzen Platten hier reinkommen? Ich mache 27. Ja. ein halb unsichtbarer schleimmongo ja schau du mal da weiter ich mache ein schlick block was bitte schlick keinen tun anscheinend irgendwas was runterfallen kann genauso wie sand das wieder so ein leuchtwurzel das skelett um dann wenn ich ganz so minecraft lastig er natürlich was denn ganze zeug ich nehme es jetzt ja ansonsten wir sind los Oh, Wurm. Aaaaah! So ne geile Hit. B-bitte pass mal überhaupt nicht auf. Was ist das? Weißen. Ja, danke! Ja, super! Danke! WTF, nein! WTF? Nein! WTF jetzt? Hörts auf, oder wie? Nee. Achso, das geht jetzt noch drauf. Boah! Nein! Geh raus! WTF, wie soll ich jetzt hier wieder raus? Fick dich, Tobi! Fick dich! Lass mich! Lass mich raus! Ich will nicht hier sein! Komm, schaff ich das, schaff ich! Nein! WTF? Boah! Ja! 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 Nein! Kommt, das muss doch... Ja! Ja! Wer ist der King? Wer ist der King? Ja! Gah, gah, gah. Boah, da will der mich wirklich da... Boah, Tobi, ganz ehrlich. Frag dich auch. Schau mal, da ist so ein halb unsichtbarer Schwarzschleimi, heißt der. Jetzt ehrlich, ich will jetzt nicht wirklich viel mit den Schwarzschleim-Mongos hier zu tun haben. Ja. Irrst du aber. Komm. Müssen. Schau mal. Da unten, ich will da jetzt nicht hin. Ich auch nicht, das ist ein riesengwertes Viech. Ja eben. So wie kriegt Schaden. Ah. Ah, du kriegst Schaden. Und du kriegst das Geld natürlich. Ok komm, ich geh jetzt da runter. Der nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder so. Ich hab Licht gemacht. Danke. Äh, bitte grief du mal das ganze Zeug. Ja. Ich bin der hier, der runter geht. Wie viel Leben hat das? 90. Ok. WTF. WTF, da kommt dann gleich eine neue Ebene. Von Erde. Gut. Äh. Was haben wir denn hier? Hüllenforscher-Trank. Unsichtbarkeitstrank. Ein Leuchtstab. Ja, ein Leuchtstab und Hermesstiefel. WTF. Was los? Was los? Könnten wir uns die teilen? Was? Zeug. Leuchtstab oder was auch immer du da hast. Ja, ein Leuchtstab kann ich dir geben. Ich kann nicht hoch. Ich hab ne Goldruhe, TF. Wer ist der Boss? Sag, wer ist der Boss? Ich. Fick dich. Ich. Okay. Nein! Boah, ne, ne, ne. Erstmal nen Trank. Trinken. Boah. Das? Das? Das sind Skelette, die sterben. Ah, nice. So. Äh, komm mal her. Naja. Ich bin schon auf dem Weg. Äh. Hat nur das Wasser hier eingeschlossen. Da. Irgendwie aufnehmen. Loll. Loll. Komm mal da runter. Okay, ne. Ich will da nicht hin. Da ist ein Piranien im Wasser. Piranien. Hä? Sag mal. Warum siehst du das ganze Zeug? Ich seh jetzt nicht. Was? Da. Da ist er doch. Ich seh nichts. Da, in dem Wasser. Ja, jetzt seh ich ihn. Aber vorher hab ich nicht gesehen. Ich kann das machen. Ja komm, geh mir da raus und geh mir da links hin. Für die blaue Gruppe. Äh, hast du jetzt eigentlich den Leuchtstab mal aufgehoben oder wie? Den kann ich nicht aufheben. Ja, warum nicht? Weiß ich nicht. Da. Nimm. Jetzt hab ich ihn. Okay, gut. Uh, Qualle. Vorsicht. Quallen können evil sein. Glaub ich. Stirb. Boah. Die Qualle attackt mich. Boah. Die Qualle hat einen Leuchtstab getroppt. Hau mal nice und so. Ich krieg natürlich aus der Truhe, äh, äh, aus der Vase einen schwachen Heiltrank. Gut. Okay, gehen wir hin. Vorsicht. Geil, was ist denn das für mich? Das ist ein Skelett. Oh. Die starke Form von deinem Zündchen. Sozusagen. Wie besser ist, wenn du einen Leuchtank einnimmst und dann mal schaust, was da unten ist. Stimmt. Aber ich hab nur noch drei. Aber egal. Wow. Wow. Ganz, ganz viel. Aber ich glaub, da drüben ist was. Oh mein Gott, das ist alles Eisenerz. Das ist alles Eisenerz. Das ist alles Eisenerz. Oh. Scheiße. Ich verreck. Von der Seite. Ja, jetzt Luft. Ja, gib mir Luft. Scheiße. Oh, da ist doch noch mehr Eisen. Vorsicht, Schwarzschleim. Oh. Oh, ganz ehrlich. Das find ich extrem nützlich, dass man die, dass die Items auch so leuchten. Ich hab sie nicht mehr. Oh, ich hab das drin. Oh. 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 Was ist das denn? Das ist alles. Stein. Stein. stein 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 ich wäre mal dafür dass wir dafür sorgen dass das wasser weg geht indem wir immer tiefer graben dann nicht mehr hochkommen genau graben wir mehr zur seite genau da ist was seitlich glaube ich er wird tief